Ich bin Ärztin. Ich helfe kranken Menschen. Ich bin Polizist. Ich bin Polizistin. Ich sorge für die Sicherheit der Menschen. Ich sorge für die Sicherheit der Menschen. Ich bin Anwalt. Ich bin Anwalt. Ich bin Anwältin. Ich verteidige die Rechte der Menschen. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrerin. Ich bringe den Leuten verschiedene Dinge bei. Ich bin Präsident. Ich bin Präsident. Ich bin Präsident. Ich bin Präsidentin. Meine Aufgabe ist es, ein Land zu regieren. Ich bin Tänzerin. Ich bin Tänzerin. Ich bin Tänzer. Ich bin Tänzer. Ich liebe es, Ballett zu tanzen. Ich bin Musiker. Ich bin Musiker. Ich bin Musikerin. Ich spiele Gitarre. Ich spiele auch Schlagzeug und andere Instrumente. Ich bin Astronautin. Ich bin Astronautin. Ich bin Astronaut. Ich bin Astronaut. Ich reise in den Weltraum. Ich bin Zahnärztin. Ich bin Zahnarzt. Ich bin Zahnarzt. Mein Job ist es, mich um die Zähne der Leute zu kümmern. Mein Job ist es, mich um die Zähne der Leute zu kümmern. Ich bin Fußballspieler. Ich bin Fußballspielerin. Ich bin Fußballspielerin. Ich spiele Fußball und will immer gewinnen. Ich spiele Fußball und will immer gewinnen. Quiz 1 Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Ich bin Lehrerin. Ich bin Arzt. Ich bin Polizist. Ich bin Lehrerin. Ich bin Arzt. Ich bin Polizist. Die richtige Antwort ist... Ich bin Lehrerin. Die richtige Antwort ist... Ich bin Lehrerin. Sehr gut! Was machst du beruflich? Was machst du beruflich? Ich bin Rechtsanwalt. Ich bin Jurist. Ich bin Sängerin. Ich bin Sängerin. Ich bin Rechtsanwalt. Ich bin Jurist. Ich bin Sängerin. Die richtige Antwort ist... Ich bin Sängerin. Sehr gut! Was ist dein Beruf? Was ist dein Beruf? Ich bin Tänzerin. Ich bin Arzt. Ich bin Ärztin. Ich bin Tänzerin. Ich bin Arzt. Ich bin Ärztin. Die richtige Antwort ist... Ich bin Ärztin. Sehr gut! Ich bin Feuerwehrfrau. Ich bin ein Feuerwehrmann. Ich bin ein Feuerwehrmann. Unsere Aufgabe ist es, Brände zu löschen. Unsere Aufgabe ist es, Brände zu löschen. Ich bin Tierärztin. Ich bin Tierärztin. Ich bin Tierarzt. Unsere Aufgabe ist es, für die Gesundheit der Tiere zu sorgen. Ich bin Pilot. Ich bin Pilot. Ich bin Pilot. Ich bin Pilotin. Mein Beruf ist es, Flugzeuge zu fliegen. Mein Beruf ist es, Flugzeuge zu fliegen. Ich bin ein Flugbegleiter. Ich bin Flugbegleiter. Ich bin Flugbegleiterin. Ich bin Flugbegleiterin. Mein Job ist es, Menschen in Flugzeugen zu helfen. Mein Job ist es, Menschen in Flugzeugen zu helfen. Ich bin Schauspieler. Ich bin Schauspielerin. Ich bin Schauspielerin. Unser Beruf ist es, in Filmen zu spielen. Ich bin Fotografin. Ich bin Fotografin. Mein Beruf ist es, Fotos von Orten und Menschen zu machen. Mein Beruf ist es, Fotos von Orten und Menschen zu machen. Ich bin Taxifahrer. Ich bin Taxifahrerin. Mein Beruf ist es, Menschen in meinem Taxi zu transportieren. Mein Beruf ist es, Menschen in meinem Taxi zu transportieren. Ich bin Immobilienmaklerin. Ich bin Immobilienmaklerin. Ich bin Immobilienmakler. Ich helfe Menschen, Häuser zu kaufen. Ich helfe Menschen, Häuser zu kaufen. Ich bin Bäcker. Ich bin Bäcker. Ich bin Bäcker. Ich bin Bäckerin. Mein Beruf ist es, Brot zu backen und zu verkaufen. Mein Beruf ist es, Brot zu backen und zu verkaufen. Ich bin Schiedsrichter. Ich bin Schiedsrichter. Ich bin Schiedsrichterin. Ich bin Schiedsrichterin. Meine Aufgabe ist es, die Regeln im Sport durchzusetzen. Meine Aufgabe ist es, die Regeln im Sport durchzusetzen. Was ist mein Beruf? Was ist mein Beruf? Ich bin Feuerwehrmann. Ich bin Tierarzt. Ich bin Soldat. Ich bin Feuerwehrmann. Ich bin Tierarzt. Ich bin Soldat. Die richtige Antwort ist, ich bin Feuerwehrmann. Ausgezeichnet. Was mache ich beruflich? Was mache ich beruflich? Ich bin Schauspielerin. Ich bin Schauspieler. Ich bin Fotograf. Ich bin Schauspielerin. Ich bin Schauspieler. Ich bin Fotograf. Und richtig ist, ich bin Fotograf. Und richtig ist, ich bin Fotograf. Ausgezeichnet. Welchen Beruf habe ich? Welchen Beruf habe ich? Mein Beruf ist Busfahrer. Mein Beruf ist Pilot. Mein Beruf ist Flugbegleiter. Mein Beruf ist Busfahrer. Mein Beruf ist Pilot. Mein Beruf ist Flugbegleiter. Die richtige Antwort ist, mein Beruf ist Pilot. Pilot. Die richtige Antwort ist, mein Beruf ist Pilot. Ausgezeichnet. Ich bin Bauer. 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 Mein Beruf ist es, Lebensmittel anzubauen. Mein Beruf ist es, Lebensmittel anzubauen. Mein Beruf ist es, Essen für Leute in einem Restaurant zuzubereiten. Ich bin Kellner. Ich nehme Bestellungen auf und bringe den Leuten in einem Restaurant das Essen. Ich nehme Bestellungen auf und bringe den Leuten in einem Restaurant das Essen. Ich bin Bauarbeiterin. Mein Beruf ist es, Gebäude in der Stadt zu bauen. Ich bin Mechanikerin. Mein Job ist es, die Autos der Leute zu reparieren. Ich bin Rezeptionistin. Ich bin Rezeptionistin. Meine Aufgabe ist es, den Leuten im Hotel zu helfen. Ich bin Kassierer. Ich bin Kassiererin. Ich bin Kassiererin. Ich arbeite im Supermarkt an der Kasse. Ich bin Postbote. Ich bin Postbote. Ich bin Postbotin. Ich bringe die Post der Leute zu ihren Häusern. Ich bin Malerin. Ich bin Malerin. Ich bin Malerin. Mein Beruf ist es, die Wände von Gebäuden zu streichen. Ich bin Klämpnerin. Mein Beruf ist es, beschädigte Rohre zu reparieren. Das sind einige der beliebtesten Berufe. Verrate uns in den Kommentaren, was dein aktueller Beruf ist. Du kannst uns auch deinen Traumberuf verraten. Ich bin Klüfenin. Wenn eine Arbeit von der Bewusstsein holen. Außer ich bin. Ich bin Klüfenin. Ich bin Klüfenin.